So, Männer, auf ein faires Spiel! Luna, piccola! Bola, pelota! Hoppa! Mein Gott! Monsters of Christklasse Das Spiel Borussia Hodenhagen gegen Minions wird Ihnen präsentiert von Gruhu Alleskleber. Grußartige Alleskleber! Como han solo en carbonito! Ja, aber Mr. Trainer, Wolle, Krassmann! Rein körperlich war die Borussia dem Gegner heute überlegen, oder? Ja gut, Stichwort Kopfballstärke. Meine Jungs sind ja miniestens ein Kopf größer, aber das haben die Gäste durch Technik und Kampfgleichen kompensiert. Wir steigen ein in die 8. Minute. Die Minions minsturen über links. Schöner Pass auf Lucy Wilde! Die setzt sich gegen Kevin durch! Ja! Bananenflanke in den Strafraum! Und Gru macht das Ding mit einem Fallrückzieher rein! Ja, Grußartig gespielt, Grutulation. Aber Gruß Mutter bleibt komischerweise völlig unbeeindruckt. Ja, ja, Mama! Tja, wenn die eigene Mutter so wenig Liebe zeigt, das ist für so ein Kind natürlich total traumatisierend, aber so ist Fußball. 0 zu 1 für die Minions! Aber das war noch nicht alles! 28. Minute, Ecke für die Gäste durch Eck-Balthasar-Brett! Ich bin ein böser Junge! Oh ja! 0 zu 2 durch! Weck Tor! Ja gut, den muss er natürlich machen! Abwehr und Torwart sind weg! Tor für den Typen, der so aussieht wie Saskia Esken von der SPD! Also das ist eine Frechheit! Was los, Digga Saskia? Dann war Halbzeit und alle haben sich erst mal eine Stärkung gerufen! Ja gut, und dann gab es doch dieses Missverständnis wegen dem Pausensnack vom Dirk! Aua! Ambulanza! Blumacken! Defibrillator! Dann die zweite Halbzeit! 50. Minute! Margot auf Edith! Weite auf Agnes! Und die steht frei vorm Tor und kann den Deckel drauf machen! Jo, aber dann rimpelt der Tor so den Dirk an! Dem fällt sein Eis aus der Hand direkt auf die Katze vom Demba! Ein Einhorn! Und das ist so flauschig! Oh ja! Und dann war der Gegner abgelenkt und der Demba konnte in aller Ruhe drei Dinger machen! Eins! Zwei! Drei! Drei zu zwei! Spiel gedreht! Naja, die Minions können ja immer noch sagen, es lag an den schwierigen Latz-Verhältnissen! Weil die immer Latzhosen anhaben, versteht ihr? Halt die Fresse! Okay! Also, ich weiß auch nicht, aber irgendwie schmeckt mein Bier heute voll Schal! Verzeihung! Geiler Stoff, Digga! Was ist das? Banane und Stur-Artischoke! Bäh, Banane! Banane, Shisha, Booja, Rams, Pupu! Taichan, Brug, Geiler Stoffa! Volle, Digga, Du! Volle, Digga, Du! Volle, Digga, Du! Ha, 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 ha! Gelato, Tompa, Sula, Buce, Lebel, Unicorno, Wasser! Piccola, Agnes, Mala, Mucho, Inabore, Wunderbar! Gaspaccio, Stracciatella, Rapatita, Hodenhagen! Volle, Digga, Du! Volle, Digga, Du! Volle, Digga, Du! Colla, Pante, Biebra, Pusto! Das Spiel Borussia Hodenhagen gegen Minions wurde Ihnen präsentiert von Balthasar Lando-Brett. Au! Hihi! Hello! Huppata Borussia Hodenhagen contra Minions! Kumbaya! Borussia Hodenhagen! Okay? Ah, wo denn? Testikolos! Ha, 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 ha! Allora, aquí ya! Vums, abonamata! Iko Tara, Tulalilo! Ti amo! Click, click, thank you! Terima kasih! Lang, una otra video, Vums! Ila, bajo, video, Dool! Una bela video, Fum! Fung! Funky! He, 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 he! Play that funky video, white boy! He, 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 he! Pupaya! Mwak, 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 wum! Eh? Oh! 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 Ha, 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 ha! Ha, 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 ha!